Im heutigen Video gibt es den dritten Teil zum Thema Blockaden in der Brustwirbelsäule. Ich zeige euch die versprochene neuromuskuläre Manipulation für die vordere Kette, damit ihr eure Rückenstrecker besser aktivieren könnt, um so die Ursache für Brustwirbelsäulen, Blockaden und einhergehende Symptomatiken zu beseitigen. Mein Gott, was für Wörter heute! Und wir sprechen über einen interessanten Haltungsmythos, und zwar nach vorn gefallene Schultern. Warum da so viele Leute umsonst drüber quatschen und warum das eigentlich kein Problem eurer Schulter ist, sondern eurer Rückenstrecker, auch das erfahrt ihr im Video. Content, Content, Content. Mit den Informationen wünscht ihr wie immer viel Erfolg. So, wir machen jetzt mal, ich wechsle mal hier auf die Ego-Perspektive. Der Yannick, ja, hier, der zeigt uns jetzt mal den Smash vom Rectus Abdominus. Dafür braucht ihr hier so einen Lacrosse-Ball. Wer dich immer wieder gefragt hat, was ist das für ein Ball? Das ist so ein Lacrosse-Ball. Den gibt es nicht beim EDK oder beim Karstadt zu kaufen, weil Lacrosse spielt hier in Deutschland niemand. Ist aber wichtig mittlerweile zum Mobilisieren. Deswegen guckt mal bei Amazon. Wie gesagt, ich will diesen Ultrakapitalisten auch nicht zu sehr unterstützen, aber das schneiden wir raus. Keine Kapitalismus-Kritik. Link findet ihr in der Beschreibung, nur falls ihr noch nicht so einen Ball besitzt. Ihr könnt auch alles andere nehmen, etwas härteren Hockey-Ball oder so. Aber, ja, der ist aus Hartgummi ganz gut geeignet. Wichtig jetzt, dieser Ball, ne. Yannick, zeig den Leuten mal so, wie du da gerade bist, wo der hin platziert werden muss. So an deinem Körper, genau, ne. Da haben wir nämlich zwei, eine Stelle, den Rippenbogen, ja. Ich fuchtel hier mal so ein bisschen rum. Ne, der Rippenbogen, da müsst ihr mal bei euch so greifen, ja. Und wenn ihr halt wisst, wo der Rektus ist, der läuft ja nicht genau in der Mitte, sondern einen Strang links, einen Strang rechts, ne. Ist halt dieser Sixpack-Muskel, ob ihr den jetzt habt oder nicht, ist er hingestellt. Ihr habt den, ob ihr den seht oder nicht, ist er hingestellt. Und da platziert ihr den Ball, ne. Und dann legt ihr euch nämlich flach auf den Boden, ne. Und jetzt ist das eigentlich eine super einfache Sache, weil der Yannick, genau, der nimmt die Ellbogen zur Seite, Stirn auf die Handrücken und versucht dann seinen Brustkorb flach, so wie er es auch macht, auf den Boden zu legen, ne. Die meisten, die machen hier den Fehler, den Brustkorb abheben. Macht das auch mal, Yannick, dass du so, genau, dass du gar nicht richtig auf dem Ball liegst, ne. Und wenn du dich ablegst, dann merkst du, dann zieht das auch gut, ne. Ja, und jetzt ist eigentlich, können wir das eigentlich schnell machen. Was der Yannick jetzt macht, der wartet so zwei Minuten und atmet tief in die Brust ein und aus. Und Yannick, erzähl mal unseren Leuten so, was merkt man bei der Übung? Anfangs ist das ein Gefühl, als wird der Ball im Magen liegen. Ja. Aber sobald man einatmet, merkt man, dass der Sixpack-Muskel auf jeden Fall gut angesprochen wird. Sehr gut, sehr gut. Das kann übrigens, wenn ihr akut gerade irgendwie Blockaden habt, dann kann auch das hier zu Ausstrahlung und so führen. Das heißt, wenn ihr merkt, boah, mein ganzer Brustkorb steht da unter Spannung wegen, dann ist das nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, sondern eine Sache, aha, das ist durchaus hier ein Spannungstäter, den mein Körper zu sehr nutzt. Ja, und wir gehen jetzt mal einfach davon aus, der Yannick hat jetzt seine zwei Minuten gemacht. Was passiert dann? Wir gehen nochmal auf die andere Seite. Wie gesagt, wir haben ja zwei Rektusstränge. So, und zwei Minuten sind um, na klar. Sag nochmal. Das sind immer die Stellen, wo man merkt, dass man Muskelkater hatte, wenn man exzessives Bauchtraining gemacht hat. Ja, richtig, also an sowas kann man halt merken, ich versuche mich mal hier mit in die Kamera zu packen. Selfie-Mode, das ist ja fast ein Vlog heute hier in diesem Video. Daran kann man halt auch merken, wo habe ich immer Muskelkater? Ist das oft der Bauch gewesen vorne? Ja. Ja, logisch, dann ist der halt irgendwie die letzten Jahre immer trainiert worden. Der kann auch auf Dauer nicht, ich sag mal jetzt gesund sein, immer nur einen Muskel zu dürfen. Genau, also an der Stelle nochmal ein kleiner Einwurf, was jetzt auch Bottomline sein sollte. Yannick, du hattest ja damals speziell, weißt ja noch, Verspannung zwischen den Schulterblättern. Ist das jetzt wichtig gewesen, die zu mobilisieren? Haben wir da mit dem Ball irgendwie an unseren verspannten Rombo-Ideen primär gearbeitet? Haben wir nicht gemacht, also nicht. Und deswegen Leute, ihr müsst gucken, was sind die Ursachen und wie hängt das mechanisch zusammen? Ich versuche euch das hier bestmöglich zu erklären, weil das ist natürlich, ich sag mal im Training, das ist ja auch ein Trainingssystem, irgendwie Quantenmechanik, was wir hier machen. Ich versuche das aber trotzdem runterzubrechen auf einfache Bausteine, dass ihr zu Hause auch eine Chance habt, das einfach umzusetzen. Auch da, schreibt es in die Kommentare, gebt mir Feedback, klappt das? Ist das hier verständlich? Dieses Spannungsdreiher, Gegenspieler, Spannungsopfer, könnt ihr was mit diesen Begriffen anfangen? Eine Frage, die ich auch hier in dem Kontext immer wieder höre. Luke, ich bin eine Ganzkörperbaustelle, mein kleiner Finger zieht, ich habe ein Stechen zwischen den Schulterblättern, meine Wirbelsäule knapp, ich kann schlecht einatmen, zwischen den Rippen ist irgendwas, etc. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und wichtig hier, ich hoffe, ihr versteht das langsam, da ich das jetzt auch immer wieder sagen werde in allen Videos, weil ihr müsst euch auf gewisse biomechanische Grundpfeiler konzentrieren. Die Symptome eskalieren über die Jahre. Ja, ich weiß. Wenn man irgendwie eine schlecht aufgerichtete Brustwirbelsäule hat, dann kriegt man nicht nur Rückenschmerzen, sondern auch Atemprobleme. Das Ganze drückt irgendwann auch neuromuskulär auf die Nerven und ihr habt Ausstrahlung. Nicht den Symptomen hinterherjagen und am Ende eine Übung gegen Fingerkribbeln entwickeln, sondern euch auf diese Grundpfeiler, biomechanischen Grundpfeiler, Grundkonzepte konzentrieren, die ihr im Medical Fitness Einsteigerkurs lernt. Die spezifischen Sachen lernt ihr hier aus den Videoreihen. Und ja, besser kann ich euch nicht helfen. Deswegen tragt euch für den Kurs ein, sichert euch den Zugang zur Facebook-Gruppe und da können wir uns dann auch noch austauschen. Und ja, that's it. So, ihr habt jetzt den Rektus-Smash gesehen, pausiert das Video, wenn nötig, trainiert das nach, löst eure Rektus-Muskulatur, ja. Und jetzt probiert ihr auch nochmal hier diese, die Aufrichtung der Brustwirbelsäule. Wie gesagt, wie die genau geht, im Einsteigerkurs zu finden. Janik, geh nochmal rein. Ja, und ja, bei dir ist der Effekt ja auch, du hast das ja jetzt ein paar, ein paar hundertmal gemacht natürlich, ne. Bisschen, ja. Nein. Werden wir gleich auch nochmal drüber reden. Janik hat das aber auf jeden Fall schon ein paar Mal gemacht. Und berichte mal, wie war der Effekt beim ersten Mal und auch ganz ehrlich, wie ist der Effekt heute? Du hast das ja jetzt gerade trainiert. Geh mal rein in die Streckung, ja, genau. Hier jetzt wichtig, Start nach vorne, Schulterblätter nach vorne schieben, ja, genau. Und jetzt hier die, ja, Bauchnabel rein, sehr gut, ja. Und was passiert jetzt mit der Spannung? Wie ist das jetzt? Also, was spürst du, sag mal einfach. Ich spüre jetzt auf jeden Fall meinen Rückenstrecker eindeutiger als vorher. Genau. Beim ersten Mal war alles verspannt, gespannt. Genau, hier also noch ein paar kleine Tipps, meine Erfahrungswerte als Trainer oder so war es bei dir ja auch. Hier hat es irgendwie angefangen, ne. Hier konntest du den Rückenstrecker als erstes wahrnehmen. Und wenn man dann langsam trainiert und vor allen Dingen hier auch noch so ein bisschen die Halswirbelsäule hinzunimmt, genau, Doppelkinn machen, Kinn zur Brust, noch ein Stück, genau. Und dann hier, das ist nicht so einfach, ne, ist auch für den Janik noch schwer, Schulterblätter nach vorne, ja. Versuch das lang zu machen, dann kannst du wahrnehmen, wie das hier komplett hoch, fast bis hoch in den Atlas zu spüren ist, oder? Ja. Wir haben auch tiefe Einnahmen, TVA, ne, was wir hier machen, wir aktivieren die Rückenstrecker, haben die vordere Kette gelöst, Rhomboideos, deswegen zieht der Janik hier die Schulter nach vorne, die müssen nicht mehr arbeiten und das löst halt auf Dauer unsere Problematik auf, das reicht ja nicht. Danke dir. Ja, coole Sache, ja. Und das ist mir also auch wirklich ganz, ganz wichtig zu sagen, ja, weil auch hier vielleicht nochmal so ein kleiner Mythos am Rande, habe ich wirklich innen rotierte Schultern, ja, viele Leute, das hast du mich glaube ich am Anfang auch mal gefragt, ja, ich habe irgendwie immer so innen rotierte Schultern, aber ist das wirklich, ist das jetzt wirklich meine Schulterblätter oder meinetwegen meine Schultergelenke oder ist das nicht viel eher, geht jetzt vor einigen an die Leute mit Rundrücken raus, das ist ja nicht eher meine Brustwirbelsäule und ich kann euch sagen, das ist eure Brustwirbelsäule und euer Serratus, ja, darüber werden wir auch noch sprechen in einem nächsten Video, also gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr noch mehr Videos mit dem Janik sehen wollt, gerade in Bezug auf Videotutorials wie zum Beispiel funktionelle Ruderzüge, Ansprachen vom Serratus, ich sage mal 100 Daumen nach oben, dann ist der Janik bestimmt motiviert, hier nochmal mit vor die Kamera zu treten und das sind halt Muskeln, möchte ich sagen, die sind im Gegenteil sogar meistens zu schwach, ne, das ist, sag mal gerade auch, für dich war es auch kontraintuitiv, ne, hast du immer gelernt, oh, ich muss hier den Schulterblatt nach hinten und unten pinnen, ja, es kommt da hin, das Schulterblatt, ab und zu natürlich, aber nicht die ganze Zeit, ne, und das ist nicht gerade, sondern das ist gerade, ne, nur mal am Randern, also wie gesagt, wenn ihr da detaillierter was sehen wollt, hämmert den Like-Button und macht diesen Test-Retest, auch das mal in die Kommentare schreiben, ist das für gespürbar, oh, ich habe den Rückenstrecke endlich mal wieder treffen können und in diesem Sinne, danke nochmal an dich, Janik. Sehr gerne. So, und wir sehen uns im nächsten Video wieder, da ein ganz interessantes Video, wo ich den Janik jetzt so nötigen werde noch, wir besprechen mal den funktionellen Ruderzug, weil wir wollen ja nicht nur gegen unsere Probleme was machen, also dauernde Übung gegen Probleme machen, sondern wir wollen ja auch, ich sage mal, rationale und intelligente Entscheidungen treffen, damit Probleme gar nicht erst auftreten, ne, und das kann, da kann man auch cool mit Körpereingewichtsübungen auch aus dem Calisthenik arbeiten, wenn man da die richtigen Entscheidungen trifft, trifft, und, ähm, ja, wir sehen uns da wieder, haut rein und ciao. Ciao.